Wie beweist man unsere Freiheit? Man kann sich andere Länder anschauen. Da sind die Menschen weniger frei. Aber wie beweist man, dass man wirklich frei ist? Einen freien Willen hat. Ich denke, man brauchte eine Vision. Eine sehr persönliche. Sich selbst zu besiegen. Und irgendwann anzukommen. An einem Ort, der neu ist. Den man aber schon aus seinen Träumen kennt. Die einzige Grenze, die einen von völliger Freiheit abhält, ist nur noch die eigene Vorstellungskraft. Die Wahrscheinlichkeit, dort anzukommen, ist sehr gering. Aber will man wirklich leben, ohne es versucht zu haben? Für mich gibt es da nur eine Möglichkeit. Einen Traum. Und diesem Traum nachjagen. Für jemanden mit einer Goldmedaille ist das leicht zu sagen. Aber bin ich wirklich angekommen? Ziele hören nicht auf. Nur wer naiv genug ist, lernt sie kennen. Das ist die ganze Zeit. Ich denke, wir würden das einmal sein. Wir würden die Luther an schwer. Und dann wäre es das gleich an der Liebe. Und dann würden wir ein paar Gegebenen. Und dann würden wir uns wieder einmal ein paar Gegebenen. Und dann da können wir uns wiederholen. Vielen Dank.